In diesem Video möchte ich dir die Lennermont-Karte der Klee erklären. Im Bild siehst du sowohl das Kartendeck Angelinas Lennermont-Karten für Beginner, als auch den Klee aus dem Deck die 36 mystischen Lennermont-Karten und aus dem Deck die 40 mystischen Lennermont-Karten. Von mir, Angelina Schulze. Als Tipp für die Deutung, wie schon bei der Karte Nummer 1, stell dir einfach vor, du gehst selbst in diese Karte hinein, befindest dich in deiner Vorstellung mittendrin. Hier findest du dann den Klee, ein vierblättriges Kleeblatt. Wie fühlst du dich dort und was kannst du tun oder nicht tun? Und ist noch jemand anderes dort? Das vierblättrige Kleeblatt bedeutet sowohl damals als auch heute das Glück. Ein Kleeblatt verwelkt jedoch sehr schnell. Es geht also um das kurzfristige Glück oder auch das kleine Glück, die Freude, all die Dinge, die positiv und schön sind, aber eben kurz bzw. vorübergehend. Wenn man dieses Kleeblatt pflückt, so verbindet man damit eine gewisse Hoffnung auf das Glück und die Freude, dass sich etwas Positives ergibt. Die vier Blätter deuten auch auf die Anzahl 4 hin. Da es aber auch sehr viele dreiblättrige Kleeblätter gibt, die ja vielleicht gleich neben meinem vierblättrigen Kleeblatt auf der Wiese zu finden sind, geht es wohl auch um eine Anzahl 3. Ich leite also daraus die Anzahl 1 bis 4 ab, für jedes der einzelnen Blätter, das ich erzählen kann. Daraus ergeben sich für mich nun folgende Deutungsmöglichkeiten. Kleeblatt gefunden gleich, die günstige Zeit oder positive Phase jetzt nutzen. Freude und Spaß haben, sich einfach freuen. Das kurze oder kleine Glück, die Freude, die schnell da ist, aber auch schnell wieder verwelkt. Als Zeitaussage, es geht schnell oder wenige Tage, beziehungsweise etwas Kurzes oder Vorübergehendes. Neben anderen Zeitaussagen halbiert diese Karte auch die Zeitaussage. Zum Beispiel neben dem Mond, der ja für vier Wochen steht, würde es bedeuten, dass es nur noch zwei Wochen sind. Als Körperaspekt, beziehungsweise das Gesundheitliche, bedeutet es auch, dass man Glück hat oder Hoffnung auf Heilung, Gesundheit. Könnte auch nur eine kurze oder vorübergehende Krankheit sein, wenn man die Karte zum Thema der Krankheit gezogen hat. Als Eigenschaft ist man ein positiver, optimistischer Mensch oder auch voller Hoffnung. So, ich hoffe, Dir hat meine kleine Vorstellung der Karte vom Klee gefallen und Du schaust Dir jetzt gleich noch das Video von Karte Nummer 3, dem Schiff, vor. Viel Spaß dabei! PS, noch der Hinweis, Du kannst Dir auch jederzeit all die Informationen, die ich Dir hier nenne, ausdrucken. Auf meiner Webseite ist dazu der Text abgebildet und ganz unten am Ende auch der Button, wo Du draufklicken kannst, für den Artikel zum Ausdrucken. Meine Webseite ist www.kartenlegenlernen.info Alles zusammengeschrieben.